Soh, kurz nochmal. Soh. Hier, da ist die alte. Monika Goldberg. Monika Goldberg. Äh, hier, ne, ist die alte. Ah. All those people? Dead? Jesus Christ! Ah, nicht alle Arzt. Cool. Ah, ich hätte die gern. Ich hätte die gern. Hab sie. Schön. Aber. Ob ich die auch mit Starkstrom versehen kann? Ähm. Was hast du denn eigentlich für ne, für ne, für ne Waffe? Du hast doch auch so ne Schnellfeuerwaffe. Die ist aber leer. Du hast ne AK, oder? Äh. Du keine AK. Ja. Ich hab da letztens ne Dings eingesammelt. Hier. Feuerstoßgewehr. Hast du noch Platz? Jetzt nicht mehr. Wie jetzt nicht noch so? Ich hab da die Machete da eingesammelt. Kann hier aber nicht upgraden zum Elektromachete. So. Schau mal hier. Bleib stark, Linda. Das ist alles. Oh, ich hätte Draht. Ich hätte dem Ding auch nur Elektromachete machen könnte. So, okay. Hast du Draht? Nee, ne? Ja. Kann man ja mal gucken. Hm. Ein Stück Draht. Ein Stück. Brauche ich denn für das Elektroteil? Weiß ich gar nicht. So, da hast du Draht. Du hast abgelehnt. Akzeptiert. Hast du das nicht? Ja, dann machs nochmal. So. Boom. Brauchst du irgendwas? Nee, ne? So. Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Was ist denn das jetzt schon wieder von der Mission? Jetzt hat's wieder der Hauptquest, ne? Besorge Verbände für Lauren. Warte mal. Hier, wenn wir jetzt gerade hier sind. Hier war doch irgendwo. Ne, warte mal. Es war in der falsche Richtung. Ach, hier hinten war die Arzonating. Da gab's auch Verbände glaube ich. Scheiße, ich brauche noch Klebeband. 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 Du musst es auch haben. Komm her. Klebeband. Wie viel Klebeband? Zwei. 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 Ja, siehst du? Genau das meine ich. Du hast mir die auch gerade zugehauen. Das klingt nicht stinkebremd. Ah, hier. Siehst du? Ich hatte schon eigentlich Klebeband. Das ist gut. John? Ja, 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 ja. War auch in der Lage schon zu testen. Um diese Monster und diese schöne Insel versorgen zu lassen. So, modifizieren. Jo. Bang. Was ist denn? Piranha und was ist denn Hai? Kann ich die Machete ja wegfeuern? Ähm. Gut, jetzt habe ich das als Hai gemacht. Keine Ahnung. Ja, hier war doch irgendwo. Wo war denn der Kack? Komm, weg. Oder war das unten? Ach, das war... Scheiße, das war unten. Wir sollten vielleicht nochmal kurz runterfahren. Obwohl, wir könnten hier eine Schnellreise machen. Ah, Moment. Was machst du denn da? Nachrede habe ich jetzt weggepfiffen. Hier ist doch Klebeband, Nasenbär. Hier hinten liegt Klebeband. Zwei Stück. Ich habe doch schon meinen Nachrede. Backstrom. Okay. Ach, hier ist Draht. Das da. Holding mal weg. Hey, Loll! Okay. Äh, schnell reisen, ne? Wo war die denn? Das machen wir einfach. Da, wo die zwei Pfeile immer sind. Achja! Hm, hier. So. Da wollten wir hin, da wollten wir hin. Da wollten wir hin, da wollten wir hin. Wohin? Da wollte ich hin, wo wir jetzt gerade sind. Weil wir Verbände holen sollen. Und die Verbände gibt es hier und die sind... Hier sind Verbände. Ich habe gerade eingegammelt. Ok. Reisen wir mal zurück in den Dschungel oder? Weiß nicht, wo müssen wir hin? Oben war das. Wir müssen zu... Stauke Verbände für Loren. Wo wir hin müssen? Dschungel, ja. Dschungel, steht dort. Nee. Ja, steht dort, Loren, oben im Dschungel, klar. Ja. Du bist noch hier? Äh, bist du? Dich gerade. Na, ich bin oben, beim Schild. Tür ist mal gewinnen. Wo ist die Tür hin? Die Tür ist weg. Tür? Hallo? Tür? Wo bist du? Ach du Scheiße, wie oft wir hier schon rumgerannt sind. Äh, Tür? Hoch, musst du kommen. Ja. Durch die Tür. Oder? Ach, hm. Ist auch doof. Der Zeit kann ich mal kurz... So. Und es ist mal wieder Wartezeit auf Crazy Freak, jetzt. Du bist da. Vergesst das immer wieder. Ich bin ein alter Mann. Ja. So, wo müssen wir denn hier nach links? Diesmal laufe ich aber gar nicht. Ach nee, müssen wir gar nicht. Nein. Das ist... Äh, diesmal nicht. Ich mag den Dschungel nicht, hab ich ja schon mal gesagt. Am Anfang war er ganz schön faszinierend, ne? Wo jetzt er... Ja, weil der ist ein bisschen... Dieses gelaufe, äh, das stört mich gar nicht mal. Aber dass das hier so verpackt ist, und dass teilweise keine Zombies kommen. Ich da eeeewig warten muss. oder soll ich es machen ich habe einen schlüssel gewonnen ja passiert ja verbinde von ist ein aufnahme gerät ist das aufnahme gerät liegt neben den manchmal könnte ich richtig ausrasten bei deiner blindheit bei mir ist hier keins neben bett ich bin da ist ein eimer gleich neben bett wo du standest wer geschlachtet ist das ist nix ich verarsch dich nicht ohne Mist da oder den kühlschrank schon leer geräumt gehts hier raus ist das hier unten von der flakke gerät ach das waren diese Guck mal, hier haben wir sogar noch ein Ding, das haben wir noch gar nicht geholt. Der wird halt wieder runterkommen, irgendwie. Da haben wir sogar noch eine Belohnung, die wir uns noch gar nicht geholt haben. 5.000 noch über das Cash, Alter. Wir lassen es ja doch liegen. Du siehst wie Scheiße. So. So keine 5.000. Ach, der sammle ich doch für uns beide ein Geld. Wie auf den nur noch? Nein, die Belohnung, die muss ich extra einsammeln. War immer so. Och, geil. Ach Mensch, was schmeiß ich denn dafür wieder weg? Das, Alter. Was ist denn der? So ist das hier? Das ist doch Betäubung. So. Wie gesagt, hab ich noch einen Handball gekriegt? Ach, die hat doch eine Mission. Sammle die Kräuter und bring sie zu Lorin. Ach, ich glaube, die habe ich ja schon. Ach, wir haben hier noch eine Hauptquest. Das ist anscheinend. Hier ist doch noch eine Quest. Kräuter. Ich glaube, die gibst du auch mal. Es ist so viel Suffering in any kindness is greatly appreciated. Hast du mir auch zu? Findet ihr noch mehr von diesen heiligen Herben? Bitte bring sie zu uns. Hast du noch einen gefunden? Ach, das ist bestimmt wieder so eine Fortlaufende geworden. Jo. Alles Fortlaufende, genau. Alles klar, der Glücksritter. Warte mal, auf der Map war er noch? Mal gucken. Mal schauen, mal schnell über die Map schlendern. Gibt es auch noch Gebiete, wo wir noch gar nicht waren, hier bei der Map, ne? Ja, das ist aber alles im Dschungel, wie das aussieht. Okay. Ja, dann gehen wir mal zur Hauptquest. Reden mit Matteo, wie der hieß.